Yo, was geht ab Leute? Team Mabelt hier und heute mal wieder mit einer Ankündigung, überraschenderweise. Ich dachte, weil ja Feiertage sind Ostern, dass wir nicht in Kontakt treten könnten und das ganze halt erst nach den Feiertagen regeln würden, aber glücklicherweise konnten wir uns einigen und somit kann ich euch einen weiteren neuen Sponsoren für Team Bubble Tea ankündigen und zwar ist es der Kartensalon, wie ihr schon überall lesen könnt. Das wird ab jetzt unser Hauptpartner sein, Hauptsponsor und in dem Video gestern wurde ja viel Interesse an dem DN Turnier gezeigt, deswegen haben wir uns überlegt als Feier für unsere neue Partnerschaft werden wir ein DN Turnier veranstalten und als Preise im Preispil wird es zwei Displays von den neuen World Superstars Set geben. Auf jeden Fall richtig klasse Preise, das neueste Set und auf jeden Fall ein klasse Turnier. Weitere Details folgen noch, da müssen wir uns noch besprechen, wie das genau ablaufen wird und so, Regeln und sowas. Auf jeden Fall wird noch ein Ankündigungsvideo dazu folgen, bei dem ihr euch dann auch anmelden könnt und sowas. Auf jeden Fall, falls ihr Vorschläge habt, wie man das am besten organisieren kann und sowas und allgemein einfach Ideen und Vorschläge, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten das einzige, was halt bisher feststeht, ist der Preispool, zwei Displays und das wahrscheinlich am 19. April, ein Sonntag, stattfinden wird. Ansonsten zum Sponsor an sich, das ist ein Kartenhändler, ist halt überall unterwegs, auf Facebook könnt ihr ihn mal abchecken und dort wird dann auch vermehrt mehr über uns gepostet, auch Details zum Turnier, falls ihr auf dem Laufenden bleiben wollt. Dann hat er natürlich einen Ebay Shop, richtig krasser Shop, sehr viele verschiedene Sachen, also nicht nur Yu-Gi-Oh! Karten, sondern auch andere Karten und Sticker und all sowas. Abchecken lohnt sich auf jeden Fall. Und dann natürlich hat er einen TCG Market, Yu-Gi-Oh! Market Account, dort könnt ihr halt auch alle Yu-Gi-Oh! Karten, die er hat, finden. Checkt auf jeden Fall alle drei Links ab, die werden jetzt dann immer unten in der Beschreibung sein und auch in unserem Kanal, Video-Info-Ding. Das war's eigentlich. Kleine Ankündigung, neuer Partner, neuer Sponsor. Checkt ihn auf jeden Fall ab, richtig gute Sachen auf Lager. Ansonsten, DN-Turnier, 19. April. Wer Interesse hat, wenn ihr Ideen habt, Vorschläge, alles in die Kommentare. Ansonsten war's das wieder. Checkt unsere anderen Videos ab, checkt unsere Sponsoren jetzt ab und ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.